Moin Leute, neuer Tag, neues Glück wie gestern schon und wir gucken mal was es heute hier im Epic Store gratis gibt. Das ist Alien Isolation. Schauen wir uns doch auch mal gleich den Trailer an. Okay, der Trailer sah mal richtig gut aus. Muss ich echt sagen. Ein Survival Horror Spiel. Fühle ich mich drin? Genehmigen wir uns doch mal? Wie groß ist das Spiel? Ich schätze mal um die 5 bis 10 GB. 16, okay habe ich mich verschätzt. Gut, dann wisst ihr wie groß das Spiel ist und dann sehen wir uns morgen wieder. Wiedersehen.